Ich wäre freulich. Was müssen wir denn absitzen? Ja, wir sollen absitzen. Willst du gleich für die ganzen Brüder ihre Nadeln verlieren? Das kann ich schon draußen. 3? Absitzen, Leute. Ja, das ist Nummer 2, Leute. Ist das ein Brain oder so? Ich sitze jetzt auf Nummer 3, ich weiß nicht wer es wo war. Nächstes Mal bescheid sagen, wenn es 2 absitzt. Ja, sorry. Sichere Richtung Südost. Alles klar, ich schätze wir werden jetzt da den Buckel hoch. Immer voll in der Fresse. Das ist zum Kotzen. Ah, ihr erinnert mich an gestern. Immer. Immer ist die Sonne in der Fresse. Das ist unglaublich. Willkommen auf Altes, ne? Ja. Oh, Beschuss! Kontakt vor uns! Okay. Direkt voraus. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Kontakt im Nahbereich. Direkt. 50. Schaden nach. Ich fülle da eine Granate rein, Sky. Ihr habt keine dabei. Ich hab eine, Achtung. Sky. Granate. Ja, was ist los? Ist da vorne irgendwie bei euch was los? Schussmäßig? Ja, wir haben feinen Kontakt im Nahbereich. Direkt auf dem Übel drauf. Ja, das nächste Mal bitte durchgeben. Wieso steht denn jetzt auf der Sack? Die Sonne ist so übel. Ja, wir sind hier mitten im Feuergefecht und der will von uns, dass wir den anfunken. Ja, echt. Da war doch letztes Mal schon mal irgendwie was. Rauf ihren Brein, vorsichtig vorrücken. Ich geh mal über die rechte Seite. Okay. Heule, zieh die ein bisschen zurück. Also ich hab den Staub schon gesehen von woher geschossen. Vielleicht haben wir den auch mit der Granate. Ja, ich hab ihn auch gesehen. So, Kowalski, wir zwei gehen jetzt langsam vor. Jawoll. In Bad-Modus. Kölny, du wartest nur kurz, ja. Okay, ist down. Ah, hier ist ein bekämpftes Ziel. Gut verstanden. Wir müssen noch mit mehr rechnen, ne? Ja, aufpassen. Äh, Raufi und Brian geht's mal Richtung weiter nach Nordosten. So 50 Meter rum. 50 Meter, ja. Sowas. Okay. Keule, du kannst nachts sehen. Ein bisschen langsamer laufen. Die Sonne ist so brutal, ey. So, Sky, wo bist du? Äh, Kowalski, du machst mit mir und Keule hier rundum Absicherung. Die Sonne erstmal da vorne ein bisschen gucken. Sicherer Richtung Osten Nederst, ost. Nordöst, nord-ost Okay. Audio Kontakt zu nem Fahrzeug. der spz kann nachziehen kontakt auf 140 circa im dorf da hinten beschuss da fährt hier vor uns im dorf so 140 grad er ist ein fahrzeug durchgefahren und ausmachen und eliminieren zu verstanden ich werde mich da ein bisschen weiter schrauber beschuss achtung von links vermutlich getroffen er ist in dem berg verschwunden abgesetzter infanterie truppe ein helikopter in der luft helikopter wurde erkannt ja so verstanden nicht bekämpfen ist unbewaffnet wir haben derweil keine möglichkeit das fahrzeug zu bekämpfen der letzte mann ist da klapp seitens schützenlinie schlecht wird sagen einfach offene formation gehen wir richtung südosten bekämpfen nach lust und laune super ihr habt die freigabe in das dorf vorzurücken bewusst dass ich da was hör also dass das motorgeräusch nicht eingebildet war ja es kommt zu schuss feuer widern die bekommen es die 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 bewegen sich Richtung Nord-Ost. Nein, die bewegen sich Richtung Nord-Ost. Es kann ein Timo kommen. Ja, höre. Wir haben ein Feuer gefecht. Wirklich Unterstützung, kommen. Ja, verlangert unsere Position zu eurer Position auf 109148. Wiederhole 109148, kommen. Gold, siehst du was? Nein, ich höre es nur. Farah ist down. Ich meine, der letzte Kontakt ist bekämpft. Ich bin mir da nicht immer Prozent sicher. Ich kann den Kampf jetzt auch nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Okay, direkt vor mir. Direkt vor mir zwei Fahrzeuge bewaffnet. Das eine sieht mehr aus wie ein Panzer. Ich gebe es gleich durch. Einmal 120 bis 120 Grad in dem Radius. Ein Fahrzeug nähert sich auf uns. Das ist wahrscheinlich dieses Kampffahrzeug. Rechts davon ein Panzer. Beim Rauch siehst du ihn auf dem Feld der Infanterie. Rechts nähert sich auch auf uns. Fahrzeug ebenfalls und Panzer steht da hinten. Der Panzer, Panzer kann ich nicht sehen. Der steht genau hinter dem Fahrzeug. Der Panzer ist genau auf. Äh, feindlicher Armer direkt voraus. 1, 2, 0. So. Was soll ich sehen? Ich komme auf die Position. Genau vor mir. Uuuuh. Oh, das ist Ifrit oder was das da auch immer ist. Nein, das ist kein Ifrit. Ich würde mal ein bisschen Deckung jetzt gehen. Ja, das ist ein Armer ist das. Äh. Was ist das? DMG, HMG. Och, nö. Ich glaube, er ist sieben für mich auf den DMG. Nö, die Inf... auf den einen Soldaten müssen wir ein bisschen aufpassen. Zwei Soldaten auf dem Feld. Jawoll, den hat es zerfetzt. Ja, eins. Sky, einmal, äh, Schadensbericht. Dingo, soweit einsatzbereit. Haben wir uns zurückgezogen. Ähm. Sollen wir weiter vorrücken? Komm. Ja, positiv. Habt die Freigabe weiter vorzurücken. Die Infanteristen sind jetzt im Osten Richtung geworden. Komm. Wollen wir die versuchen? Ja, war schon. Die Riste von hier aus nicht richtig. So Leute, wir rücken jetzt weiter vor. Wir nehmen jetzt mit, wo wir mitnehmen können. Moment. Moment. Ja, das ist noch weiter links. Die Jungs schalten gerade die Infanteristen aus. Wenn die am Boden sind, würde ich sagen, können wir auch rücken. Ja. Ja. Wollen wir uns mal treffen, würde ich. Ich wollte es gerade sagen, ey. Ich wollte es gerade sagen, ey. Werzer. Oh, okay. Aber auch nur mit Querschlägern. Mhm. Hat Style. Aber passt auf, eine Infanterie hat sich ziemlich nah, glaube ich, uns genährt. Also ich vermute Richtung 80 Grad gelaufen. Also Leute, hört zu. Wir rücken jetzt vorsichtig vor. Keule, du bist erstmal bei der Ruine. Okay, Infanterie vor uns. Achtung. Ja. Wo, 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 wo. Oh ja, ich sehe. Bekämpfen Leute, bekämpfen. Ich habe keine Einsicht drauf. Ich sage doch, aufschlussend. Sehr gut, Drecksau. Infanterie. Bekämpft. Genau, bekämpft. Ich sage immer dauernd, dass er es bekämpft. Pass auf. Wir waren südööffentlich von unserer momentanen SPZ-Position, äh, sind ungefähr fünf Infanteristen. Oh, direkt in Südöffentlich. Wir sind besser verstanden. Äh, werden beobachten. Komm. Wir kommen direkt rechts von uns. Oh, 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 oh. Runter, runter, runter. Geht runter. Wir schlagen hier ein. Äh, Keule? Gehst du mal runter? Danke. Schmeiß Rauch. Da wird das nix. Simo, wir mussten uns einnebeln, aber wir sind unter gutem Beschuss gekommen. Sind wir weg von uns? Ja. Ja, ja, ich geh mal runter. Es geht um die Nix. Ja, wir müssen wieder weg. Da bin ich dadurch. Ja, eben. Ich bin weggeleiten die MIM. Ähm, nicht weg. Ich bin weggeleiten die MIM-Sägen gekommen. Oh, die sind down Ähm, vorsichtig Bleibt unten Deckungsfeuer geben Ja Verletzt, ich brauche einen Sani Oh ja Einhälte Da rennt ein vor mich, Mann Ne Aber weh Schmeißen raus Hör mal die Verletzten bitte mit zurückziehen hier Runter, runter, runter Nein, 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 nein Alter, was ist mit deinem Typ los? Sag dich doch hin, du Scheißtyp Alter, du hast gerade auf Steine gelegen Scheiß, was hast du denn hier gemacht? Kein Punktkontakt mehr zu Tiger gerade Ich glaube Tiger war ziemlich gut Ja, die sind im rechten Compound, in Alicampos Das Problem ist, die sind halt ziemlich eingeengt jetzt hier, ne? Ja, ich weiß Was hat den SPZ-Zesiebelst? Eine Rakete, keine Ahnung auch von welcher Richtung die kam Die war wieder kurz, wirklich zwei Sekunden angesagt Wohem explodiert Ich will vorschlagen, ist los der Raum da Ich ziehe die Jungs zurück zu der Ruine Eben Kompletter Trupp, Rückzug, Rückzug Zur Ruine Marsch, Marsch, Marsch Der hinten hat mich gehört, ne? Jungs zurück zur Ruine Ruine, los Ja, ich bin noch nicht fertig hier Ja Ja Ach, wo? Was ist denn jetzt hier? Alter, hinter uns? Keine Ahnung Neee, ich weiß auch nicht Voll auf jeden Fall Ja, hinter uns, bei Krieg ist es noch ein Spiel Ja, hinter uns, bei Krieg ist es noch ein Spiel Der ist tot Definitiv tot Also wenn der jetzt nicht tot ist, weiß ich auch nicht Die Fahrt zählt gerade einmal kurz selber Feind bekämpft Feind bekämpft Wir müssen irgendwie in die Richtung Nein, Feind nicht bekämpft, Achtung Feind bekämpft jetzt Mal, vielleicht mal ein paar auch auf 160 Grad mal so ein bisschen achten Wo kam die denn jetzt her? Jetzt tun wir erstmal die ganzen Leute verarzt hier Ja Hier haben wir doch mal ein bisschen Rückzugspunkt Äh Sky, wir müssen irgendwie Richtung Tiger vorrücken Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt Richtung Westen Genau, bin wieder grün Da war es ziemlich sauber Und gehen dann Ali-Campus rein, da haben wir mehr Deckung Weil hier dran kann man nichts machen, hier ist tot die Zone Ja, das ist richtig Da ist auch die letzte angegebene Position von Tiger gewesen Ähm, übernimmst du jetzt Dingo, oder soll ich weiterhin? Äh, mach du weiterhin Alles klar Also Leute, wie schaut's aus? Nein, jemand wird in Deckung hier, du stehst da ganz oben auf der Ruine irgendwie Bündelte Beschüsse ausüben Also da sind noch Kontakte Ähm, kann man das machen, die, die noch nicht bei Rot drin sind, dass die auch noch in Rot reingehen? Äh, ja, kann ich machen So Alle grün, grün Positiv Ja Moment, Feindkontakt Auf 180 Grad Anders, gell Möglich Feind bekämpft Alter, hast du geschossen grad? Ja Ich höre seine Schüsse gar nicht Ja, ich hab Hat auch 100% Schallgempfer drauf, ja Nein Der Kuwaitzi schaut bei mir auch ganz komisch aus Wie schau ich denn aus? Da verzogen Was? Auf mal, Bissi Auf mal, Bissi Heute ein Medic Das ist halt der klassische Bug Also Mädels, wollen wir hier noch versauern? Ne, wir rücken jetzt Richtung Westen aus Offene Formation Marsch Marsch Gut Ne, bin kein Medic für mich Oh, wir haben gerade gefragt, wer noch einen Medic braucht Junge, ihr müsst mal ein bisschen Eisern zu bezeigen Ja, jetzt rücken wir vor Wim, 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 keine Antwort Wim, wim, keine Antwort Wim, 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 wim Zauern Jungs, lau, rein in die Ruinen Oh ja Ja Ja, komm, komm, rein Nein Lauf was ab Nein Wim, 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 wim Wim, wim 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 Shift Alt und Shift Wim 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 Ich will, ich möchte euch mal wieder zu dem einen, zwei-steckigen Haus, neben uns gehen. Negativ, ich hab hier relativ gutes Sichtfeld. Geil, ich bin mal hinten über. Äh, Brian, negativ, da ist Tika. Kannst du noch irgendwas sehen, was da so rumbeilig ist, Oxy? Ich hab gerade noch zwei Kontakte bekämpft. Geil, du bist auch. Wie schauts aus bei euch? Wann dann waren wir verletzt? Komm wieder zurück. Ähm, ihr wisst schon, dass der Medik tot ist. Was ist dem? Ja, wissen wir. Ach du Scheiße. ja dann ist hoch geflogen und dann aus vier kilometer irgendwie runtergeklatscht das war das was wir gehört haben ganz großes kino ja ja das hat kein riesfach immer mal eine sicherung übernehmen ich muss mich behandeln ja und behandle dich mal ich habe mir gerade eine Panzerfaust schnappen können aus dem Tigerfahrzeug aber Tiger habe ich nicht gefunden keine Ahnung die sind irgendwie nicht in dem Haus drin ok wenn die nicht in dem Haus sind werde ich vorschlagen gehen wir da rein ja vor allem lass doch mal langsam irgendwie Verbindung zu den Problemen aufzubauen irgendein Haus vor uns glaube ich würde vorschlagen dass du dich mal suchst ja bin auf dem Weg ja und die Funke von denen aufschreiben äh Junge da ist guter raus äh Leute ich verstehe nichts alles so laut haha ich muss mal schnell leiser machen Leute wie schaut es aus bei euch alle verarztet und so? ich bin wieder grün 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 grünes klar wir gehen jetzt südlich das zweistöcke Gebäude Achtung Ich schmeiß es dazu mit Rauchen Und dann wird die Ruinisch Alles klar Rüber Brian und Kowalski rüber Okay, go Alter, die sind direkt hier vor vor der Ruine Wir müssen ja ganz schnell weg Okay, wir haben den nächsten Mal Er lebt nur Er hat nur bewusst nur Okay, wir holen ihn gleich Den zweiten Lass ins Haus, die von oben weg Hm, keine Sicht Oh, jetzt hängt die hier fest oder was Ähm, Skyhub Verbindung aufnehmen können zu Ähm, Tiger Komm jetzt gleich dann wieder zu deiner Position Ja, kannst du den Medic mitbringen? Haben zwei Verletzte hier Ja, ich weiß nicht, ob die noch einen Sunny haben Ja, okay, positiv, die haben noch einen Sunny Okay, wir kommen dann zurück Ich sehe unsere Jungs direkt vor uns im Haus Ich sehe unsere Jungs direkt vor uns im Haus Äh, hallo, ich würde keinen wegziehen Halt, ey, warum könnte die User left your channel Ja, ja, trag ihn Zieh ne Spaggin Wer ist denn jetzt hier im Haus alles oben? Keiner? Nur ich? Ich weiß von nichts, von irgendwas gekämpft Timo? Äh, ja, das Ding ist Er ist aber unbesetzt Kann ich das sehen kann, bewegt sich nicht Boah Ja, das Ding kann man ja zu tot Aber Ja, ich guck mal Äh, darf ich mal mit zwei Mann vorrennen? Jo Ich meld mich freiwillig Ja, dann, go Flash gibt es die Hinderung Ja Boah, es gibt einen hinten neben dir, ja Ja Das ist noch eine Moonkiste Ähm, Sky Hier neben dem Fahrzeug stehen noch Moonkisten Große und Kleine Haben wir so verstanden, kann man gucken, ob wir uns dann neu aufmagazinieren können Irgendwie Ähm, SPZ scheint soweit unbesetzt zu sein Ihr könnt nachrücken Alles klar, wir rücken nach Heute, wir ziehen nach zum SPZ Mach Mach Aufstehen, los Hoi Auf dem Balkon, aufs Balkon In der Kleine gibt es doch Lolololololol Einen Blick ist der Scheiße mit dem Schießen In Blau gehts hier mal um die Ruine dahinter rechts, auf die Bauruine, aufs Dach Da kann man rutschen hier rum So, man weiß, was damit gemeint ist Verstanden? Oh, wir hatten einen Infanteristen, circa ein Kilometer weiter weg Feuer frei aber Bekämpfen Ich bin schon gespannt auf den neuen Soundmodel Ja, ist bekämpft Das hätt sich von richtig böse angehört Ja Ich mein, das hört sich ja schon cool an, aber Ja Das was die da machen sind, ist ja echt genial Heftig, ja Die verschiedenen Sounds, ja Auf einem Gelände dann Hall und was weiß ich Verstanden Ja, ich hab das auch grad nicht so verstanden Also sieht man die ja gar nicht Blau sichert Äh, rot, läuft Habe ich schon wieder verlegen Ja Ja, Compound scheint soweit frei zu sein Ja, kann ich nur bestätigen Ähm Ähm, Sky Ja Komm mal dann einmal zum SPC Oh Direkt vorun Oh Direkt vorun Das ist gut Das ist gut Das ist gut Wischen der Wichser Brian kann das gut ausmachen Boah Boah Instant Headshot Alter Hahaha Heil Der Hackfressen der Wichser Da war der Ich hab glaub nicht gesehen Der war Einer war hier vorne am Gras Also Rot Geht rechts rein Ist der? Grün? Ja Ich glaube ja Ach sie Da fließen wir auch einen her Also das war einer von uns Mann Das war einer von uns Super Selbst schuld Sag ich nur Genau hier war nämlich der Feind Ach naja Ja ich hab keinen Druck bisher für einen am Leben gehalten Gut er ist auch nicht Ja ich hab nicht einen Kratzer diesmal abgekriegt Ja Somit